Musik Hey Bernadette, ich freue mich so, dass wir jetzt endlich wieder das Oktoberfest aufgehen. Es ist ja viel zu lange gegangen, das ganze Jahr haben wir warten. Weder, schlimm. Aber nein, Bernadette, jetzt ist das Zelt noch nicht mal fertig. Manuela, wir sind zu früh. Ja, nein, was machen wir denn jetzt? Ist doch egal, dann kommen wir halt am 10. oder am 17. oder. Hauptsache, wir haben dann unser Geld. Hast du auch wieder recht. Aber dann gehen wir jetzt noch die Hotelbahn. Gut, da bin ich dabei. So bist du.